Was besagen die Stückzinsen einer Aktienanleihe? Besitzer von Aktienanleihen erhalten zum Laufzeitende einen vereinbarten Zinsbetrag. Auch jene, die gegebenenfalls nicht von Anfang an dabei waren, sondern erst im späteren Verlauf die Aktienanleihe gekauft haben. Letzte, also jene, die erst später die Aktienanleihe gekauft haben, hätten nun ja einen Vorteil, denn schließlich bekommt die Zinszahlung jeder, der die Aktienanleihe besitzt, ganz gleich, wann er die Aktienanleihe gekauft hat. Weil die Zeitspanne des Investments eines Anlegers, der die Aktienanleihe zu einem späteren Zeitpunkt gekauft hat, verkürzt es gegenüber jenem, der von Beginn an dabei war, muss er zum Kurs der Aktienanleihe on top die sogenannten Stückzinsen zahlen. Diese Stückzinsen berechnen sich auf Basis der Couponhöhe und der Laufzeit der Aktienanleihe. Ein Beispiel, eine Aktienanleihe auf die Lichtan AG mit einem Coupon von 7% PA. Das Produkt wurde vor eineinhalb Jahren emittiert und läuft noch sechs Monate. Wer nun wissen möchte, wie viele Stückzinsen angefallen sind, also wie viel er zum offiziellen Kurs der Aktienanleihe noch hinzuzahlen muss, muss folgende Rechnung anstellen. Das sind zunächst 7% auf die ersten zwölf Monate, die bereits abgelaufen sind, plus die Hälfte des Coupons, nämlich 3,5% für die weiteren sechs Monate, die abgelaufen sind. Damit ergibt sich ein Gesamtprozentsatz von 10,5%. Bezogen auf den Nennwert von 1.000 Euro reden wir von 105 Euro Stückzinsen. Somit muss der Käufer der Aktienanleihe, der also nach eineinhalb Jahren die Aktienanleihe erst erwirbt, zum offiziellen Kurs der Aktienanleihe noch die Stückzinsen von 105 Euro dazu bezahlen. Alles Gäufer der Aktienanleihe Vielen Dank.